Jo Leute, grüß euch, ich bin hier an einem der schönsten Parks in Linz, um genau zu sein in Linz-Durnach. Und jetzt sage ich euch einmal, was den Park so besonders macht. Der Park grenzt an der Universität und an anderen Wohnhäusern. Das eine der Besonderheiten ist die Weitläufigkeit. Das heißt unter anderem auch, dass man da recht gut ein paar Runden drehen kann, damit die Hunde, denen es da auch sehr, sehr taugt. Und auch im Winter kommen die Kinder her und fahren über den Berg. Der Park grenzt an eine Straßenbahnlinie, genau zu sein an die Linie 1 und 2, die von der Universität weit wegfahren und an einem Sportplatz. Nicht selten kommen auch Erwachsene her, legen sich auf die Wiese, nehmen den Baum und chillen einfach einmal ein bisschen. Es ist eines meiner Lieblingsplätze und ich bin froh, dass es solche, dass es solche Parks eigentlich noch gibt in einer, in dieser Stadt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, über eure Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo, würde mich sehr freuen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Kapla! Euer Mac.